und wir wurden von den brunnen fast vollständig hochgeheilt so, heilung vollständig ei 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 ei, überlebt ihr es? hier 5 Beschützer, das ist ja schon eine ganz schöne Armee hier Fokusschaden überleben sie nämlich anscheinend nicht scheiße ich könnte mal Unterstützung rüber schicken, würde ich behaupten und hier nochmal schön nachproduzieren der letzte Verteidiger, uh, der hält aber noch ordentlich die Stellung, wir verbessern mal noch ein wenig diese Verteidigungsstellung mit einigen Gegnern nachgegeben, sag ich schon einigen Verteidigungsanlagen kommen trotz alledem zu spät mit den 5 sollte ich dann aber wenigstens diesen einen noch platt kriegen der nimmer da ist ich baue die mal ein bisschen hier rum so weit in den Süden wie möglich auf euer Zeichen tatsächlich, der hat sich anscheinend zurückgezogen dann rüber hier einladen bitte ich muss nämlich da noch so eine Opfergrube machen für so eine Nebenquest auf auf meine lieben Leute sammelt euch ich bin bereit ich warte auf euch macht schnell Gerechtigkeit wird geschehen so, erste Schiffchen voll beladen mal hier freien und die Schildkröte und direkt ablegen auf Wachtposten ich warte auf euch so und Bäumchen Wachse euer Gebäude ist fertig also wenn sie jetzt die Dinger noch platt kriegen weiß ich auch nicht noch zwei ja das kann ich riskieren ja bei den fünf weiß ich das ja schon wir müssen uns auch noch eine neue suchen wie es aussieht so was ist denn hier so los das ist natürlich äußerst blöd und tatsächlich sie werden da wieder regeneriert also müssen wir gucken dass wir jetzt erstmal die Opfergruben platt kriegen ach scheiße da wollten sie wohl nicht dass wir dort rüber kommen euer Gebäude ist fertig so ihr beiden bitte auch noch zwei dann ist das auf jeden Fall sicher so nicht die Einheiten angreifen sondern die Opfergrube beziehungs Verschwörungsritual und jetzt Blattmann und zu Dracul zu kehren Oh da haben wir eine Heilquelle die wird aber bestimmt beschützt auf euer Zeichen auf euer Zeichen so ab nach unten in Position Maiev kurz raus und Gerechtigkeit wird geschehen bitteschön lieber Dracul ich bin bereit unser heiliger Hain wird entweiht ach scheiße die Toten plagen euch nicht mehr alter Ork hab Dank Fremdling nun hört meine Geschichte vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Uldan diese Inseln aus der Tiefe er wollte die uralte Gruft bergen in der sich die Überreste des dunklen Titanen fanden Sageras ihr sprecht von Sageras dem Schöpfer der Legion eben den vor Äonen nach Sageras Niederlage wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen Uldan glaubte die Macht des dunklen Titanen ginge auf ihn über wenn er die Gruft öffnete durch seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von irren Dämonen in Stücke gerissen seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht eure Geschichte ist so fesselnd wie abstoßend Traktul ein Jammer dass eure Geister verstummt sind für das was ihr hier entfesselt habt verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft Ha Maiev ist nicht so begeistert Robe der Weißen erhalten so Maiev wieder rein dann gehen wir mal ein bisschen gucken und auf Erkundungstour was wir da noch so finden den Brunnen holen wir uns als erstes da dürften bestimmt wieder irgendwelche Riesen sein und da steht eine weitere Armee zur Verfügung töte den Großen ja die kriegen gut die Hücke voll so lasst euch mal kurz regenerieren Gerechtigkeit wird geschehen ihr seid am Zug zeigt den Weg auf euer Zeichen leider kein Gegenstand dabei gewesen ihr seid am Zug zeigt den Weg gucken wir mal kurz was hier rechts noch ist Landestelle dann mal raus mit uns juhu noch eine Goldmine schön und gut fertig okay erstmal die Truppen dann dorthin platzieren die Zeit des Wartens ist vorbei viel zu leicht so duschung mal rüber zweite Truppenabteilung hier rein und ab nach drinnen ist halt ein schlechter Ort zum Verteidigen wenn man ehrlich sind aber wurscht beide nochmal nach unten wir brauchen ein paar Einheiten auf euer Zeichen und theoretisch könnte ich hier den Goldabbau kurzzeitig unterbrechen da ich momentan nur vier Goldeinheiten kriege sparen wir lieber falls unsere Einheiten wieder vermeuchelt werden und hier waren fünf Wisps die da nicht durchkommen die müssen auch da außen rum die wir noch zu viel hatten ihr seid am Zug auf euer Zeichen und da kommt die nächste Baganische abbrechen im Bau befindliche Einheiten sind immer sehr schadensanfällig nicht nur das die hier rennen mir gerade wieder die Einheiten durch das muss ich mal schnell liegend ändern keine Chance mehr die permanent A da hin und her zu kutschieren das macht nämlich auch auf Dauer keinen Spaß und auch nicht zu gucken dass die alle am Leben bleiben ei Karamba wie mache ich denn das guckt da da so viel abbaut wie möglich neue Basis ist hier so machen wir hier den Baum direkt hin schicken die Boje nochmal runter und danach wird die Gruppe zusammengezogen und angegriffen müssen da vorne das zerstören Frontalangriff und das ganze passt da haben wir die 5 die Gold einsammeln sollen und leider nur einen Wächter zwei Nahkampfeinheiten hab ich sie irgendwie nicht so so ihr bleibt hier draußen geht hier hoch ja ist mir jetzt aber egal rein da wir greifen jetzt selber an speichern vielleicht kurz ach der den kann paddeln die Schildkröte dann nehme ich den Platz natürlich nicht weg ich warte auf euch so ja ich kann man aber da auch irgendwo anders da landen haaa guck an und die Schiffe zurückfahren lassen was nicht so klappt wie man es gerne hätte ich wollte noch nicht angreifen die Idioten vom Dienst aber gut dann greift halt an Schildkröte machen wir mit Action hier rüber da schnappt euch die Einheiten so rein mit euch und landen auf euer Zeichen ein Schuss ein Treffer viel zu leicht schön und gut sprecht frei heraus zeigt den Weg unsere Goldmühle ich nicht mehr die Jagd wartet bleibt zusammen und schnell die Türme da weg so da kommt die nächste Ladung jetzt müssen wir nach unten gehen für weiteren Nachschub der auch nur produziert werden könnte so hoch mit euch jetzt über Rennwand gibt es noch ein paar Heiltotems dann verreckt mal ihr elenden Nager habt mir genug eingeholzt eingeholzt? nein eingeheimst wir vergolden hier unsere Zeit auf euer Zeichen vorwärts kein Wort mehr schön und gut ihr seid am Zug auf euer Zeichen sauber jetzt könnte ich ja eigentlich hingehen nachdem die Produktionsstätten weg sind noch einen kleinen Exkurs starten denn da links oben und rechts oben ok ne da geht es nicht hoch aber da links oben war man noch nicht ein Gegenstand wäre natürlich von Vorteilen nimm die 4 Grad mit das letzte Gebäude lassen wir dann stehen nehmt die Produktionsstätte auseinander ach guck an ein verfallendes Tor da geht es anscheinend Gliedern hinterher zeig den Weg vorwärts ihr seid am Zug zeig den Weg ja und da drüben schon jetzt noch was zu geben unsere Krieger greifen den Feind an so rein mit euch so und dann kollektiver Rückzug so ein bisschen wie kann man denn da rüber rennen nein gut dann mal jetzt rein mit dir noch ein paar Bogenschütze mitnehmen und rüber da ein paar Krappen tja guck an dann lassen wir doch mal alle leiden dass sie hier die Bibliothek vernichtet haben und versammle die hier unten mal zusammen ok das war's mit dem letzten Gebäude ah ne da ist noch eins hat Korreiending dürfte aber gerne auch ein bisschen Blatt machen wenn ihr drin waren noch Gegner wir müssen erst durch das Tor bevor die Quest weiter geht und da können wir doch dann gleich mal ein bisschen was Blatt machen Rolle des Schutzes noch laufen nur Rollen Rollen brauchen wir nicht wie die Göttin wünscht geiler Tempel das Grabmal von Sargeras ist gefunden ihr meine getreuen Diener müsst hier bleiben und den Eingang bewachen wenn die elende Wächterin diese Insel erreicht hat versucht sie gewiss uns zu folgen Elidan ich wusste wir würden ihn finden wir müssen die Verteidigung der Naga überwinden um ihm zu folgen vor langer Zeit sperrten wir Elidan unter der Erde ein und so soll es wiederum geschehen alles klar ich frage mich zu zwar warum sie nicht einfach den gesamten Komplex in Asche legen aber gut wäre einfacher gewesen Ui ein großer der Siebener der könnte noch was interessantes dabei haben ich warte auf euch wir vergeuden hier unsere Zeit ich kann nicht mehr warten ah schön sogar was wirklich richtiges ein Manastein dann zerstören wir mal die Gebäude ach verdammt so da ist nichts mehr dann ab zurück in die Boote die Jagd wartet und bitte einmal hier landen ich warte auf euch ihr seid am Zug Bogenschützen Abteilungen versammeln und dann wollen wir da mal durch sprechen ich habe Dachel geschwommen in Position wir müssen uns schon ich habe einfach viel zu viele Einheiten hier gerade rum wuseln wie die Göttin wünscht macht schnell zeigt den Weg ich warte auf euch zu leicht und Antacke ist gekommen ihr seid am Zug schön und gut ich warte auf euch auf euer Zeichen zu leicht zu leicht wir vergeuden hier unsere Zeit ich warte auf euch auf euer auf euer Zeichen ihr seid am zu leicht wartet zeigt den Weg ich warte auf euch auf euer Zeichen ich werde zu sieben so Wachen die zweite die zweite Mission nach 52 Minuten bestanden relativ lange dafür dass man im Vergleich damals in dem normalen Spiel die ersten vier Missionen glaube ich circa unter 20 Minuten fertig hatte da merkt man schon ein bisschen Anstieg wir sehen uns wieder im nächsten Part bis dennne bis dann